so team das match das match und dürfen wir einfach ich glaube nicht doch der macht sogar auch kubing glaube ich nicht mehr auf unser was präden also keine ahnung 8 bis 16 oh gott da müssen alle mitmachen glaube ich weiß nicht ob das ob das zu zweit gibt du suchst da dinger ausgehörig gesund beitreten ist wahrscheinlich ganz auf dann bin ich haus nicht oder wir machen mal wir gucken vielleicht kommt er einladen wie kann man einladen typ also ich muss erst ein anzahl der teams 2 geht nur zehn minuten zielpunkt zahl 25 wir machen ein bisschen jetzt machen wir 20 wir gucken einfach mal das wäre jetzt die chance gewesen für den kill bahnemann der idiot und jetzt ist er weg was für spaß ich habe die mal alle eingebracht der kommt auf jeden fall denke ich mal da kommt leute wir bauen da ist er ja das kann ein bisschen dauern dein futter oh ja er ist level 63 so ist das wenn man kein wichtiges leben hat schlechte noten in der schule wahrscheinlich kommt ja ok da kommen die kommen alle neu ist gefällt mir super stylometic go naja gut was 319 ist der level deiner der kenne da hat ach 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 warum das auf einmal zu viele sind viel auf dem server okay kann halt noch ein bisschen dauerne um ein das machen wir sind ja schon bei uns wort noch die unten verstehen da ich kann das von hier nicht lesen eingeladen also hier steht das war's dann wenn die jetzt nicht kommen dann kommen ich habe spielen gemacht da gibt es eine ungerade zahl ich weiß nicht du hast gesagt reinhauen ja gut ich hoffe ich bin bei dem team sonst er wird ja was heißt er von denen abgeknallt aber wenn du mich einmal abknallt dann lachst du dich immer kaputt das kann wir sind in team 1 wir sind in team killband ist wahrscheinlich auch bei uns was sind das für schwuchtel in ich kann natürlich auch kurs machen und eine crew komplett oder ja wahrscheinlich schon ja moment das nur weil die so immer zusammenspielen heißt das ja nicht dass die besser sind das sind diese crew die kennen die haben bestimmt schon öfter gemacht ist das wirklich das erste mal was heißt das erste mal team der mensch im tutorial musste man doch nur dabei keine aber wir kommen schon eine aber im prinzip ist ja nur abwärts es wird interessant das liegt in der art da liegen auch waffen unten auf der karte doch okay okay jawohl haben wir einen ich glaube wir haben einen jetzt im plau wow killband hat selbstmord begann ich habe gar nicht gesehen aber ich kann wieder er für uns an die Punkte braunen und ein recht Prozent recht steht es zu zwei zwei Städte wenn die nicht immer auf die Karte angezeigt ich glaube nicht wo der ganze LKW ist explodiert ich habe keine Muni mehr ich werde so verkacken ich habe eine scheiß Schrollflinte nur was soll man da bitte machen ja das ist der Penner mit Level ok die sind schon viel besser was macht er denn wo sind die denn da oben irgendwo ne die kennen auch die Map und so ich kenne die Map ja doch ja ich auch nicht 2 zu 8 steht was wo sind die da oben drauf irgendwo ihr seht ihr gar nicht hast du schon dann getötet ich äh ne ich habe auch einen scheiß Waffen hat so das soll ich nur hier kannst du trotzdem töten und ewig lachen nee ok oh komm hier hoch oh fuck da schießt schon jemand ahja da sind sie aber ich habe eine scheiß Waffe dafür ahja die sind da oben auf dem fuck 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 wo sind die? auf dem wo ok das ist unlustig ich sehe die nicht mal ja ich auch nicht außerdem höre ich nicht dass ich den Ton ausmachen muss weil äh das sonst in der Aufnahme ist und das dich dann nervt ich habe nur eine Pistole vor der ich war ein Ton auch nicht mehr da muss man auch nicht mehr da muss man auch nicht mehr juhu 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 das ist äh waa der kommt um die Ecke und ich bin tot Alter wir sind echt mies kann das sein vielleicht sind die einfach dirty good ja vorne läuft jemand das hat der Trommel-MG oder was ja juhu 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 juana jaja juhu makes juhu juhu super h juhu 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 bin ich eh für irgendwie so ein zu zweit ding so eine mission ja ja also genauso im handy so und wir kriegen ja die ganze nachrichten simon oder genau genau aber das war nur irgendwie mal zu zweit so ein ding ist halt überschaulicher ja du bist nicht mehr auf freier modus doch jetzt wieder ich habe ja sogar klicken gehört bei dir ja ja ich habe aber eigentlich davor nicht weggeklickt mein bein ist eingeschlafen ist so nervig es ist aufgestanden ein hurensohn bei nein der einzige hurensohn ist nur kippen richtig nichts gegen seine mutter aber geschäft ist geschäft muss man ja nicht immer alles schön reden was gibt es auch du ich glaube wieder regelmäßig hoch nein doch nice und man kriegt dich wieder man kriegt dich wieder in die aufnahme lobby seit gestern habe ich mitgekriegt ja wahrscheinlich wenn das wieder erscheint hatte ich gar nicht regelmäßig hoch was muss immer jetzt gerade zeittechnisch im märz wobei quatsch stadt ja alle zwei tage hoch das wird sind glaube ich auch im februar 11 12 müsste das sein weil dienstag henex müsst ihr feiern also ja ich weiß immer auch genau warum schlotzen kenex warum willst du sagen ich glaube das hast du schon mal in aufnahmen gesagt was wollte ich sagen ja ich glaube da hast du irgendwas mit wegen der begründung wegen männer tag irgendwas damit man den wir sind genau schnitzel schnie blut haben genau damit man den auch feiern kann den schnitzel und blowjob tag genau das hast du schon mal ich glaube in irgendeiner aufnahme auch erwähnt alle der ist jetzt gerade in den links gegangen den normalen modus nicht in den online modus bist du im online modus ich bin im online modus dann hast du falsch gewählt dann bist du rausgegangen da warst du nicht die 1 die moment stehst du da nicht mehr da hast du verlassen gemacht oder so oder ist bei dir abgeschüttet unten rechts auf den stand dann ja was ich habe auch nicht gelesen so ist das manchmal ach du scheiße wo hast du das denn gewählt wird der ganz am arsch der welt was soll ja ja ich warte jetzt noch auf dich und du kannst ja schon mal irgendwie kannst du schon mal irgendwie was 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 ich war jetzt erstmal in die stadt und dann kann ich mal dein handy aus vielleicht findest du ja schon da eine mission oder so job kannst du ja kannst du ja direkt ich kann es nicht lesen hier ich heiße ich kann es echt nicht lesen und kleine ja und dann so komische farben macht das mal zwei spieler glaube ich oder steht da eigentlich wieder ich mache das mal also da kommt jetzt glaube ich nur wie du kannst also jetzt muss ich warten bis du einsteigst freunde schwierigkeit normal gleiche panzer und kaufen machen muss jetzt schon in der mission oder eben nur auswahl links aber können jetzt noch spieler rein wo man es da kommen noch rechnen weiß nicht wer halt wobei die meisten wenn jetzt wahrscheinlich gerade zocken ja ach ein bis vier spieler stelle oder dann lasst mich mal mit rein sagt wenn du drauf bist der ladevorgang gerade ok es war so gemacht da ist schon einer drin ich habe vielleicht früh schon gedrückt jetzt ich finde das bisschen doof gemacht so wenn man wenn man freunden beitritt das dann sofort dann in eine alternative geht so ja genau da bist du drin jetzt nicht ja hast du angenommen irgendwie oder bin noch im lademenü jetzt zu mir sich gerade an die stadt aber warum bist du automatisch in den job gekommen hast du das irgendwie auswählen können das nein ich bin ich drin ok da kann ich jetzt starten hast du raus schmeißen irgendwie aber jetzt alles level 6 ja komm dann lass den hau mit ich muss man nicht machen schrittplatz die ballers unterhalten sich gerade mit ein paar professionellen mit schluss äh na ich habe ja gemacht hier äh guter beitreten deswegen vielleicht ach so ok wir können begüblich so war das schrottplatz der sagt also wartet auf mich auf sie also hier steht er da er steht er steht er gut durch er steht da er ist hier noch ein auto in das ist ein siegau zu rauchen aber scheiße stehen vollgas nee komm ich will vollgas nee komm ich will vollgas das ist eh noch so alte sie lang wir fahren müssen wir sind am arsch der welt weil ich da war halt das ist damit so ein popel auto das kann doch ein bisschen dauern ja weichberg kräfer einzeln der sommer was erzählen erzähl mal was kollege oh ja das geht hier ich guck gerade das geht hier der tv die autobahn lang wir sind die stadt die mir nicht heißt dass das scheiße das popel-auto da will ich sagen steigen das außen ein paar und wird der ebben das meinte der guckte ab ich weiß aber nicht hätten bestimmt nicht zu viel rein ich bringe da runter links der hälfte so war er hat er will bei optimal gelöst Du bist der Killer. Jawoll. Und da sind wir auch schon. Achso, bist du rausgeschwungen? Jo, ich hole mir hier so einen mit mehr Volumen. Oh, nice den holt man. Okay. Geh mal weg. Boah. Also falsche... Nein, der Penner hat mich rausgeholt. Falsche Seite ist halt Dirty Me. Ja, das stimmt. Ich sage, die letzten fressen die Hunde, oder? Ja. Aber wir sind im Team, ne? Wir sind im Team miteinander. Wir sind im Team, das weißt du aber auch. Du weißt, wie meine Eichen schmeckt. Oh ja. Eichelrakete. Er nennt sie liebevollen Brötchen. Joghurt mit Kreten. Joghurt-Sigrete? Ja. Lecker. Oh, Stopp, leider! Hier geht jeder gedisst Killebein und so. Und so. Und Hansi. Hansi hintersehen. Hansi. Volker! Schöne Grüße. Einfach so. Ja. Bei ihm weiß man, er guckt es weiß. Bestimmt. Bonne. Hatte auch Geburtstag. Glaubst du, der guckt das? Der guckt das? Ich habe gesehen, dass es geliked hat, die E-Parts. Der Bonita! Ey! Immer noch mein Lieblings... Bonne. Ja. Menuh-Fan. Ja. Ähm. Ja. Ja, doch. Oh fuck. Heute übrigens der Aufnahmetag, Cristiano Ronaldo hat Geburtstag. Glaubt man's? Wow. Glaubt man's? Weil es ist schon wieder... Ich habe heute... Ich habe gearbeitet heute extrem hart und da hatte ich auch gar keine Zeit zu nehmen, weil irgendwie unnötiges Zeug zu googeln. Ah, okay. Ja, ich kann mir auch mal machen. Ich bin gleich da, wie sieht aus, Kollegen. Ja, ich habe mich nicht aufs Fahren konzentriert. Ja, der Wagen zieht noch rechts. Ja. Bam, bam. Kennt man. So, ich bin in der Stadt gleich. In the city, in the town. Of the motherfucking... Was? Da habe ich aber wieder größer. Grüße. Du musst mich auch ein bisschen zurückhalten, denn ich anfange kurz zu haben. Ja, 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 ja. Ronst, halte ich zurück, halte ich zurück. Oh, ich liebe diesen, diesen Assi Andreas, diesen als Stopp-Typ. Da gibt so... Ich weiß nicht, ob du das... Wie das heißt. Da gibt es so eine Verarsche. Da sind immer so Szenen aus dem Film 300. Kennst du? Das ist Bata und so. Ja, natürlich. Mit seiner Stimme. Dann steht er da vorne. So, siehst du schon mal aus. Papa kommt gleich. Ja, habe ich schon gesehen, hat es mir gezeigt. Jetzt feiere ich guter. Ewig. Ist ewig lustig, ja. Aber ich feiere jetzt. Ja, die kleinen Feierheiten der... Der neuen, äh... Oh. Ich wurde gerade zu einer Party eingeladen. Oh, Döger! Schilders Koks. Die, äh, schießen hier auf mich. Ja. Das... Kann sein. Ich bin da, ich bin da, ich bin gleich da. Ah, da steht er. Ui, Hallöchen. Alter, ich... Ich hab nur die Scheiß Schrot für den... Boah, Döger! Ich hab gar keinen Muni mehr. Ich hab mich doch gekauft eben. Hallöchen, oh. Sie hat ein schönes Samt, ey. Wow. Die ziehen ab. Wuuuuh! Auf dem Schrottplatz war ich sogar schon mal. Ja, dann bist du immer, meinst du? Ja. Seh den. Ja, aber eigentlich keinen Bock jetzt zu sterben, ne? Weil dann bist du ja tot. Ja, aber mein Abo. Das bin ich ja. Man hat doch Team Leben. Also man wird dann irgendwie spawnen wieder. Zwei Stück. Super. Du, ich race da mal rein. Mal gucken, was da so geht. Ja, ich bin auch mal durchgelaufen. Ne, mit Auto mein ich. Achso. Seht ihr nicht dabei? Hey, gib mir einen Augenblick! Hey, gib mir einen Augenblick! Hey! 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 Fast tot! Nein, ich bin tot! Scheiße! Einen hab ich geknackt. Das sind einige. Ja. Aber mit einer Pistole ist echt mies. Ah! Fuck! Okay, so ist es auch so. Team Leben, glaube ich nochmal? Ich glaube schon, ja. Ich will ja gar nicht einschränken. Halt hoch! Ich stehe das auf 0. Ah ja, das ist ja. Aber jetzt haben wir keins mehr. Aber ich glaube der macht das hier. Der ist auch Level 6, ne? Eigentlich müssen wir, wenn du das Koks stehst. Eigentlich schon, ja. Kann nicht so schwer sein, das bisschen Koks. Hab ich das Koks? Hier ist das Koks doch drin, in dem Auto, oder nicht? Ne, ne, oder? Wir haben das Koks eingesammelt. Ah, ich hab's eingesammelt. Steht da unten nichts. Hallo, schlägt man ein. Das hat irgendwo auf den Boden gelegt. Jetzt müssen wir das... Alter, die Nerven... Du bist freundlich, ne? Ich? Ja, ja, ich mach ja gar nichts. Willst du einsteigen? Oder holst du ein Auto? Ne, ein eigenes Auto ist ein bisschen besser, da fühlt man sich ein bisschen freier. Fühlt man sich wie ein freier. Oh. Ich will das Ding dann immer haben, wenn wir im Team irgendwie spielen, möchte ich immer das Koks haben und abliefern. Dann fühle ich mich einfach besser. Ja, ist ja... Man sieht ja deine, deine, deine... Dings. Wobei, wenn ich's gekriegt hätte, wäre, wäre halt nice, wenn du ins Auto entscheidst bei mir, weil, wie gesagt, diese, diese, dieses Slide-Dings und sowas, finde ich schon geil gemacht. Ja. Wobei ich persönlich ja sehr viel geil gemacht finde. Das ist auf jeden Fall. Crash Bunny gut. Also. Er ist verpackt. Bitteschön. Oh, bisschen Koks durch die Gegend werden. Muss man ja auch im Tutorial so machen. Bei dem Tüpp war man dann auch. Der Tüpp, genau. Jojo. Ne, ist Missionbestände. Eigentlich aber nicht so schwer. Nö. Hätte ich besser Waffen gehabt, dann... Ja, ich bin jetzt auch Level 7. Oder Rang 7. Ja, mit den Waffen ist es so eine Sache, so eine AK und sowas, da kannst du schon besser abgehen, weil ich, man sieht ja auch kaum was, ne, wenn die so weit weg sind. Ja, genau. Und wenn er automatisch ziehe, dann geht das schon besser. Ja, das ist eigentlich scheißegal, wer Dings abliefert.